Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Eine Straße hat eine Steigerung von 100%. Diese Steigerung entspricht einem Winkel von 100 Grad, 50 Grad, 90 Grad oder 45 Grad. Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. Prozent bedeutet von 100. 100% bedeutet hier, man hat 100 Höhenmeter nach einer Strecke von 100 Metern zurückgelegt. Schauen wir uns eine Skizze an. Nach 100 Metern hat man 100 Höhenmeter zurückgelegt. Die Straße hat also eine Neigung von 45 Grad. Richtige Antwort, Antwort D. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr richtig wart und teilt dieses Video doch mit euren Freunden. Danke und bis zum nächsten Mal. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.